so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die xxl battery fata morgana von tnt firework tnt pyro wie auch immer ist mir eine gänzlich unbekannte firma wie ich aber schon wieder sehe wird der ganze bums hier von rubro auf den weg gebracht also geisha geisha rubro ganz krass gerade unterwegs mit seinen 1000 unterfirmen ihr seht auch schon die fächerung ist natürlich auch wieder sehr krass wir haben die shapes und immer dreier fächer ganz interessant ich bin mal gespannt was da so rauskommt ich habe es mir gerade noch mal angeguckt ist wieder eine geile bock mit vielen blinkern mit bunten farben mit viel gold drin und mal gucken was die so kann 480 gramm haben hier also 478 aber das ist ja fast 480 und wir gucken uns jetzt mal an was die fata morgana kann bin ich mal auch ganz gespannt let's go fata morgana so ein jahr hast in meinem keller geschlummert jetzt wird auch mal zeit dass du abgehst mittlerweile ist überhaupt der erste erste 23 und jetzt bist du gezündet schon bringt sie let's go so 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 sehr so 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 so